Hallo, ich bin der Hannes und bin der Landtechnik Villach zuständig für den Onlineverkauf. In diesem Video will ich uns ein großes Sortiment und die Vorteile und eine Schneefräse präsentieren, die ihr bei uns in Villach und Wieserbrücke aber auch online auf www.landtechnikshop.at erwerben könnt. Wie ihr seht, haben wir einige Modelle da bei uns in Villach ausgestellt. Von klein bis groß, von 32 bis 140 Tonnen Räumleistung ist wirklich für jeden etwas dabei. Die gängigsten Modelle für die private Anwendung sind die Honda HSS 760 und die Honda HSS 970 mit Raupen- oder Radantrieb, mit oder ohne Elektrostart, genauso wie ihr es für eure Gegebenheiten benötigt. Honda hat natürlich auch Schneefräsen mit innovativer und klimafreundlicher Hybridtechnologie. Der Raupenantrieb erfolgt dabei ausschließlich von zwei Elektromotoren, damit die ganze Leistung des Verbrennungsmotors für den Fräsbetrieb verwendet werden kann. Was uns als Landtechnik auszeichnet, wir bieten euch natürlich eine fachmännische Beratung und Betreuung unserer Geschuldenmitarbeiter. Das Servicepaket wird durch die Überprüfung, Reparatur, Garantie und Serviceleistungen ergänzt. Zusätzlich bieten wir euch auch noch einen Abhol- und Zustellservice an. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne unter der eingeblendeten Telefonnummer erreichen oder ihr besucht uns einfach in Villach oder Lieserbrücke und macht euch selber ein Bild von den Schnellfräsen. Wir freuen uns auf euren Besuch!